Es ist ein Video, das fassungslos macht. Nachdem der Schiedsrichter einem Spieler in der hessischen Kreisliga im Oktober die gelb-rote Karte zeigt, haut dieser ihn mit einem Faustschlag bewusst los. Das Spiel wird abgebrochen. Der 28-jährige Schläger wird vom Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Urteil. Und es sendet ein klares Signal, finde ich, dass es eben kein rechtsfreier Raum ist, ein Fußballplatz. Und dass der Rechtsstaat da auch noch seine Hände mit im Spiel hat. Noch vor dem Urteil hatte sich der Spieler bei Nils C. entschuldigt. Er schäme sich für seine Tat. Der Schiedsrichter nahm die Entschuldigung an. Sein Leben hat die Attacke trotzdem verändert. Die Ausübung der Schiedsrichtertätigkeit, die kann er seit diesem Vorfall nicht mehr ausüben. Und das fällt ihm natürlich schon schwer. Die Tat ist kein Einzelfall. Immer wieder müssen Schiedsrichter in Deutschland mit Attacken rechnen. Der DFB, der mit seinen Programmen für mehr Fairness und Respekt nicht so recht vorankommt, begrüßt das Urteil. Das ist ein richtiges und richtungsweisendes Urteil, denn es verdeutlicht, wer Schiedsrichter tätig angeht, muss mit deutlichen Strafen rechnen. Der völlig unerwartet kommende Schlag gegen den Kopf war laut der medizinischen Gutachterin im Prozess lebensgefährlich für den Schiedsrichter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017